Ach, hier sind wir erst wieder. Ja, von Anfang an wieder. Immer bei... Immer bei diesen... Äh, wie nennt man das denn? Ja, bei diesen Endkämpfen da. Was haben wir denn falsch gemacht gerade? Können wir das analysieren, um es jetzt besser zu machen? Bestimmt ist Alice schuld. Ja, natürlich, Alice ist schuld. Das nächste Mal wieder zu viert. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Das ist das oberste Gebot. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, wenn tausende Zombies auf einen eindreschen. Wir müssen Alice jetzt schon verarzten. Ich hab dir vorhin gesagt, du sollst ihn verarzen, aber du, nee. Ich würde sagen, wir töten den jetzt einfach. Ich glaube, das lassen wir mal lieber sein. Ich will ihn aber töten. Kannst du nachher machen, wenn wir über die Achterbahn gekommen sind. Oh, hier vorne sind auch wieder ganz viele. Boomer! Ja, so viel dazu. Nicht schießen, nicht schießen. Ja, Wack hat ein Clown. Oh, ein Tweeter-Empchen. Ich glaube, diese Clowns sind so Zombie-Anführer. Hab ich mal ja nun im Erfolg gelesen. Ja, ja, mit ihrer Clowns-Nase oder so. Mit dem Lärm holen die da auch wieder weitere Zombies. Ah, guck mal, wo sind wir denn hier? Generatoren und sonst nichts. Ah, doch, hier liegt Adrenalin. Ah, das wäre ganz praktisch. Adrenalin müssen wir sammeln. Für die Achterbahn können wir besser durchrennen. Ja, wo ist die, ist die Frage. Ich kann die verbrennen. Hier drin wahrscheinlich. Nur wo? Hier ist auf jeden Fall ein Jockey. Da. Und Alice ist gleich tot und du auch. Wegen der scheiß Säure. Kannst du vielleicht ein Jockey treffen? Nein, nicht in die Säure rennen. Da. Das sind auf jeden Fall perfekte Startbedingungen. Total, er ist wirklich wieder... Der super renn. Da ist er. Lauf doch einfach... Weg, 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 weg. Sag doch was. Jetzt werde ich hier wieder zurückgedrängt. Scheiße. So, warte. Du bist eine blöde Bitch. Nein, ich helfe erst. Stugge. Nee, Alice. Alice helfe ich zuerst. Du hast mich gerade angezündet. Der helfe ich dir doch nicht wieder hoch. Du musst schon aus seinen Fehlern lernen. Ich will Alice kein Adrenalin geben, Junge. Da unten ist eine Schrotflinte. Ja. Oh, boom. Oh, hier oben. Na super. Wo seid ihr? Ja, ich bin hier. Alice spackt irgendwie rum, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Ja, der bleibt bei dir. Der muss einfach weiterlaufen. Aber das Mündungsfeuer, das macht auch ganz gut Licht hier. Ist auch noch schöne Taschenlampe. Waffen? Oh ja, Auto. Wäre mir lieber. Die Tür konnte man ja nicht aufmachen, ja? Nee. Oh, doch. Aber hier ist natürlich nichts drin. Wieso? Nur ein Charger. Oh, und ich habe kaum noch Munition. Ja, sehr schön. Ich habe auch noch eine Rohrbombe. Ja, schmeiß sie rein. Sind da noch welche drin? Außer im Teamspeak. Ich sehe nicht. Ich weiß jetzt nicht, wer reingekommen ist noch. Doch, ey. Ah, nee, nicht der. Halt. Kann ich gleich wieder gehen. Oder mach mit. Also ich gehe nicht zuerst runter, wenn ihr euch mein Leben anschaut. Geronimo. Geronimo. Halt die Grosch. Kann man nicht irgendwie über den Shortcut die Leute muten. Ach, Alice ist noch da. Nein, komm runter. Du kannst mich mal. Auf den Schwan. User left your channel. Oh, ho, 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 ho. Well played, Taschen. Well played. Nein. Oh, ho, ho, ho. So macht man das. Und wie viele da dran sind. Ist hier hinten. Irgendwie hat jemand den channel verlassen, oder? Ja, ja, das war das war Fünschen. Wir haben ja, wurden ja so super verteidigt von unserer Supertasse. Ich habe ihm doch ganz nett angeboten, hier mitzumachen. Und der, nee, ich habe keinen Bock auf euch. Spielt mal lieber alleine. Moka! Moka! Alter, ich bin gleich tot. Echt, wirklich. Da muss doch irgendwo ein Medi-Paket sein. Ah, ich glaube, das war doch hier. Ja, das war doch hier in der Nähe. Guck mal. Hier ist schon wieder ein Helikopter. Hier ist Brandmunition auch. Ah. Ja, hier geht's ja raus. Ja, war doch dieser Medi-Paketschrank, da hinten in dem Haus. Ich brauche auch, ich brauche auch. Ich brauche auch. Warte kurz. Warte. Nimm doch. Nimm, nimm. Oh, das tut gut. So. Gut. Schade. Eigentlich wollte ich's haben. Meins. Heilst du Alice? Warum? Ich habe... Nein. Doch, Alter, schauen wir sein Leben an. Troll, du hast eins. Ich will den nicht heilen. Hier ist Sprengmunition, gell? Ja, dann verteilt die mal bitte jemand. Ja, mache ich ja gerade. Müsste halt nur herkommen. Ah. Sprengladungen. Sehr schön. Tja, Alice. Das sind alles Egoistenschweine. Kann man leider nichts machen. Hier ist doch noch ein Medi-Paket. Guck doch mal. Wo denn? Und heil den mal. Hier. Nein. Verschwende das doch nicht an die NPCs. Alter, weißt du, wie uns die NPCs immer den ausschretten? Stimmt. Jetzt bleib stehen, ich will dich nicht damit schlagen. Hier, Alice. Gute Freunde helfen sich. Und sperren sich gegenseitig die Tür vor der Nase zu. Habt ihr die Sprengmunition genommen? Ja, aber bei der Schrott finde ich das halt nur 8 Schuss. Und dann ist er weg. Ja. Oh, sorry. Ich nehme mal das Katana. Das finde ich irgendwie besser. Aber die Nahkampfwaffen an sich haben nicht unbedingt unterschiedliche Werte in Sachen Angriff oder sowas, oder? Äh, gute Frage. Weiß ich jetzt gerade noch nicht. Weil irgendwie machen die alle mit einem Schlag weg. Ja, aber manche, also manche können... Autoflechten-Tank. ...können Rundumschlag machen, weißt du, dass dann alle um dich rum weg sind. Und manche können nur ganz gezielt. Also ich glaube, so Schlagstöcke oder so können nur gezielt... Und jetzt so, ähm, Messer und so können ja... Oder so Katanas können ja Rundumschläge machen und auf einen Schlag alle wegputzen, die um dich sind. Ah, okay. Ja, dann bin ich mit dem Katana ja gut beraten. Also einen Baseballschläger würde ich nicht empfehlen. Die sind sehr punktuell. Ja, aber ich finde die trotzdem besser als die ganzen Pistolen und so. Mit denen kann ich irgendwie auch nicht so gescheit... Die Magnum ist cool, weil die tötet auch auf einen Schuss, egal wohin... Egal wo du den Zombie triffst, ist er halt sofort weg. Muss man halt nur zielen können, ne? Und wenigstens den Zombie treffen. So, dann rennen wir mal durch, oder? Jo, mach an. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das Tor aufgeht. Und dann stürmen wir, versuchen wir so... Ja, klar. Also gar nicht stehen bleiben, einfach schnell... Einfach schnell durch. So, jetzt kommt Zill. Los. Jetzt raus. Und nicht runterfallen, ne? Ja, hinter mir bleiben. So schnell wie möglich durch. Wenn ihr Adrenalin habt, dann spritzt euch... Okay. Jetzt bleibt der... Alice. Warum bleibt der stehen? Wenn wir schön hinter der Bahn bleiben, dann haben wir fast keine Zombies auf dem Weg. Die spawnen die nicht irgendwann? Kommt mit, kommt mit. Schnell. Ura. Achterbahnfahrt. Ich bin ja direkt hinter der Bahn, hier kommt fast keine, hier können ja fast durchlaufen. Miau. Das müssen wir dann noch irgendwie... Ach, von der anderen Seite kommen wir dann rein. Nein! Nein! Was? Ja, Troll, mach du, dass ich gehe zu dem Schalter. Und mach das Karussell aus. Durch den Tunnel. Oh, Hunter. Oh, oh, das ist nicht so gut. Ah, danke. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Da ist noch ein Hunter. Kann einer vielleicht ganz kurz... Naja, zum Karussell ausmachen. Danach kümmern wir uns um die. Okay, wenn der Hunter aber jetzt weiter auf mich einprügelt, dann bräuchten wir einen Defibrillator. Oh, ey, wir haben den Ding vergessen. Alter, ihr könnt mich von hier sehen, glaub ich. Ja, da, nach oben. Nein, 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 nein. Oh, 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 das war's. Oh, oh. Zum Glück haben wir Alice geheilt. Scheiße. Ja, das ist meine schöne Position, Jockey. Wo ist denn Alice? Der steht da oben. Der steht direkt über dir. Ich muss noch mal den ganzen Weg laufen. Alice steht direkt über dir und schießt auf die Zombies. Ja, du bist gleich bei mir. Da müsste ich irgendwo liegen. Was macht der? Ja. Ja, schön, dass ich halt jetzt stecke. Ja, stimmt, ich bin ja tot. Ich brauche einen Defibrillator. Deswegen kommt der nicht. Das macht natürlich Sinn. Ist das Ding aus, Troll? Ja, ist es aus. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Gut, ich mach's wieder an. Na, warte mal, halt. Ich muss erst mal kommen. Ich komme hier hoch. Wo ist denn du? Ich muss ja nochmal außen rumlaufen. So ein Jockey hat mich runtergeschmissen. Der müsste durch den Tunnel gehen, gell? Ja. Oh, da kommen gerade welche. Musste dich beeilen. Schon viel besser. Und ich höre auf jeden Fall auch einen Clown. Okay, ich bin im Schutzraum. Hallo. Quietsch, quietsch, quietsch. Kommt schon, Jungs und Mädels. Kommt schon. Jetzt geht's gut. Äh, 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 äh. Sehr gut. Oh, ich konnte leider nicht mitkommen. Kollateralschäden. Passiert im Krieg. Ja, wenigstens etwas hier. Witchy. Oh, oh, oh. Dann müsste doch jetzt eigentlich, äh, links kommen, oder? Das, oh. Das wird lustig. Oh. Ach, das war mit, 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 mit der Bühne? Mhm, das mit der Bühne. Hast du da das, äh, äh, das, ähm, muss ich sagen, das Anschauungsmaterial von G2Runk gesehen? Äh, ähm, du warst direkt neben mir, als ich das angeschaut habe, ja. Ah, ja, stimmt. Nur mal so nebenbei. Äh, ist es da.